Hallo und herzlich willkommen heute wieder mit einem neuen Tor Review, diesmal mit Transformers, Robots in the Skies, Midnight Express. Ein sehr schöner Zug, ich vermute mal, ich kenne mich jetzt mit Zügen nicht aus, ich würde jetzt vermuten, es ist ein TGV. Auf jeden Fall sehr geil gelungen. Oben drauf mit dem dicken Autobot Logo und eine Seite groß mit Max Cybertron, was ich auch sehr cool finde. Eine sehr coole Figur, aber bevor wir natürlich zu der Figur komplett übergehen, zeige ich euch wie immer die Verpackung. Ja, wir haben hier vorne einmal ganz groß diese Frontbox, hier wäre Midnight Express als Zug drin befestigt. Wir haben hier den Roboter-Modus abgebildet, groß das Logo mitsamt dem Namen des Roboters Midnight Express. An der Seite haben wir auf der linken sowie auf der rechten Seite den Zug und den Midnight Express an sich. Der Zug wird leicht verdeckt durch die Schulter, finde ich leider nicht ganz so gut gelungen. Auf der Rückseite haben wir wie immer die Geschichte, die könnt ihr natürlich auch gerne stoppen und sie euch nochmal angucken. Ansonsten haben wir hier Railspike mit einer Express Rapid Run, die natürlich zum großen Rail Racer werden. Und auch hier natürlich mit der europäischen Version nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Hier hat man früher noch quasi für die europäischen Version die Eindeutschung komplett weggelassen. Die Figur ist advanced, das heißt also schon ein wenig komplizierter zu verwandeln, aber das sollte uns nicht abschrecken. Ja, unten drunter haben wir natürlich nochmal die Taxback Card. Und ja, die Figur, könnt ihr euch selbst angucken, was die Figur kann. Ansonsten, ja, kommen wir jetzt mal direkt zu der Figur. Die Figur hat jetzt hier, wie gesagt, einen sehr schön modellierten Zugmodus. In dem Blau hier ist Glitzer mit eingearbeitet, was relativ schick ist auf jeden Fall. Gucken wir mal, ob ich es erfassen kann. Ja. Sehr schön auf jeden Fall. Und das Max Cybertron ist einfach nur cool. Die Türen, die hier schön eingearbeitet sind, passen auch. Auch hier vorne nochmal zwei Stück. Sehr schön. Auch auf der Rückseite. Dieser Zug hat jetzt quasi ein doppeltes Deck, aber mit grauen Fenstern. Von Details auf jeden Fall sehr schön. Vorne das Cockpit mit einer sehr langgezogenen Schnauze und grauen Lichtern. Unten drunter richtige Räder. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich denke mal, man kann ihn theoretisch auch auf kleinen Schienen laufen lassen. Unten sehr platt alles. Hier nochmal Räder, die auffahren. Das heißt also wirklich, wir haben hier einen Rail Racer, beziehungsweise einen Midnight Express, der ziemlich gut fährt. Hinten ist die Waffe eingearbeitet, die ein Stück natürlich rausguckt. Hier könnt ihr natürlich die anderen Züge miteinander kombinieren. Zum Beispiel hier. Könnt ihr ihn quasi hier hinten einhaken und könnt die quasi zu einem großen Zug theoretisch verbinden. Ja. Kommen wir jetzt aber mal zu der Figur an sich. Die Figur ist ein wenig crazy, hat aber was damit zu tun mit dem Combiner-Modus. Das ist quasi hier im Midnight Express als Bein. Also er bildet die Beine. Beide Beine und deswegen sind natürlich die Roboterbeine des kleinen Midnight Express natürlich extrem groß. Aber dazu kommen wir gleich. Als erstes müsst ihr hier hinten die Waffe herausziehen. Das ist einmal die Waffe. Die Rakete bleibt immer hängen, aber natürlich müsst ihr auch raus. Dann zieht ihr hier hinten einmal dieses komplette Teil, erstmal die Räder nach unten. Zieht dieses Teil nach oben. Die Räder werden so angeglichen. Und jetzt zieht ihr das Ganze heraus. Das gleiche hier. Ihr zieht einmal das komplette Cockpit raus. Zieht hier hinten die Räder erstmal nach unten. Belastet es so. Anschließend wird hier oben die Haube geöffnet. Hier eben so. Hier unten drunter unter der Haube steckt das zweite Teil der Waffe. Das könnt ihr abnehmen. Jetzt sehen wir hier schon mal die Roboterarme. Jetzt zieht ihr hier den Zug quasi in die Länge. Dann dreht ihr hier einmal dieses komplette Teil nach hinten. Dreht das Ganze so hoch. Anschließend dreht ihr hier unten den Fuß einmal herum. Dreht ihn nach vorne. Dreht hier hinten die Räder hoch und herum. Dreht hier das gleiche noch einmal. Nach vorne und das Hinterrad so. Nicht wundern, es ist nicht akkurat. Das heißt, er hat unterschiedlich lange Beine. Ansonsten wichtig zu beachten, die Arme können sehr leicht abfallen. Quasi hier durch diesen Balljoint. Den könnt ihr aber ganz leicht wieder festmachen. Ansonsten, klar, er wirkt jetzt ziemlich groß, ist aber natürlich noch nicht fertig. Ihr klappt hier vorne dieses Teil herunter. Um hier vorne den Ländenschuss zu bilden. Zieht jetzt die Arme nach unten. Zieht das komplett nach oben. Das heißt, hier ist eine Schräge drin. Die gibt den Arm frei. Den zieht ihr jetzt nach unten. Und könnt jetzt die Schulter zur Seite klappen. Das gleiche hier. Und jetzt den Kopf rausholen. Dadurch dreht ihr einfach hier dieses komplette Panel einmal herum. Lasst es hier einrasten. Holt jetzt den Kopf heraus. Und dreht den jetzt an dem Kugelgelenk nach vorne. Das ist ein bisschen komplizierter. Der Kopf hat sich auch schon bei mir mehrmals gelöst. Das ist auch ein sehr schwerfälliges Gelenk bei mir. Auf jeden Fall ist jetzt Midnight Express fertig verwandelt. Wie ich schon vorhin sagte, er hat sehr große Füße. Sieht ein wenig strange aus. Hat aber was mit dem Combiner Modus zu tun. Beweglichkeit ist zwar schon gegeben. Aber ja, es wirkt ein wenig strange. Wir haben jetzt wie gesagt auch die Waffen. Wir drehen hier einmal diesen kompletten Haken nach vorne. Um das Visier quasi zu bilden. Stecken jetzt die Waffen ineinander. Bitte darauf achten. Wir haben hier unten einen Pin. Und hier oben diesen Auslöser. Diesen gelben. Die müssen natürlich ineinander gesteckt werden. Anschließend dreht ihr hier unten den Griff jetzt noch heraus. Die Waffe ist jetzt theoretisch schon fertig. Jetzt könnt ihr natürlich noch die Rakete einmal daran befestigen. Mit dieser Einkerbung nach unten. Und schon ist die Waffe fest. Die Waffe lässt sich natürlich auch abschießen. Schießt ziemlich weit für die heutigen Hasbro-Verhältnisse. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist eine sehr starke Feder drin. Die könnt ihr ihm natürlich auch in die Hand geben. Und schon hat Midnight Express natürlich seine Waffe. Ja, Midnight Express hat einen sehr schön gestalteten Kopf. Es sieht aus, als wenn er einen Motorradhelm auf hätte. So in etwa. Auf jeden Fall sehr cool gemacht. Als wenn er hier oben noch ein Cockpit inklusive hätte. Eins, was mich an dem Kopf ein bisschen stört, ist, dass er hier oben diesen kompletten Hohlraum hat. Und quasi, ja, na, ihr versteht. Auf jeden Fall, der Brustkorb ist sehr interessant gehalten. Ich weiß nicht, ob es Absicht ist. Aber hier auf jeden Fall ist es leicht versetzt. Sieht fast aus wie Zahnräder ineinander greifen. Ja, ähm, die Hände sind auch blau-metallig. Und, ja, der Rücken ist ziemlich schlicht gehalten. Die Beine sind extrem groß. Ähm, ihr habt aber hier die Möglichkeit, halt ziemlich viel Bewegung mit reinzubringen. Ihr seht selbst, er kann ziemlich hoch nach oben, äh, treten. Ja, ähm, ansonsten habt ihr hier noch die Arme. Die sich um 360 Grad natürlich drehen lassen. Die, äh, Schultern lassen sich durch das Balljoint nach oben, nach unten auch drehen. Ihr seht hier das Balljoint. Die, ähm, Hände haben wegen der Verwandlung zwei Gelenke. Es ist kein Kuhgelenk wie bei Rapid Spike. Aber, ja, ansonsten ist nicht schlecht. Der Kopf ist auf einem Balljoint, kann natürlich auch gedreht werden. Es sind ein paar schöne Posen, möglich. Ansonsten, hier unten, die Füße sind, wenn sie einmal so verrast sind, wirklich fest. Ihr könnt sie nicht zur Seite drehen. Das heißt, ihr müsst erst hier unten ein Stück raus und dann nach oben drehen. Aber ich sag euch gleich, ihr kriegt keine guten Posen damit hin. Das gleiche hier. Ähm, ihr habt bei der Figur noch die Möglichkeit, natürlich die Rollen zu nutzen, die hinten dran sind. Alles in allem können die Figuren in der Serie rollen. Das ist jetzt hier nur eingeschränkt möglich. Trotzdem eine sehr schöne Figur. Und diese Figur hat natürlich auch noch den Combiner-Modus. Dafür nehmen wir die Waffen jetzt einmal ab. Den Kopf, ich sagte ja, er löst sich ziemlich oft. Einfach wieder einmal reinstecken. Ja. Soviel dazu. Ich demontiere meine eigene Figur. So. Wieder rein. Am besten dreht ihr es rum. Immer den Kopf, winkelt ihn dann nach oben, falls ihr ein schwerfälliges Gelenk habt. Und dreht ihn dann wieder rein. Ja. Den, äh, Arm könnt ihr natürlich auch ganz leicht wieder befestigen. Einfach ineinander ploppen lassen. Äh, und schon hält die Figur natürlich den Arm wieder bombenfest. So. Den, die Hände dreht ihr jetzt einmal so herum. Bringt die quasi mit den Schultern in ein Stück. Das gleiche hier. So. Dann dreht ihr hier oben den Ländenschulz nach oben. Zieht hier unten dieses Teil, was für ein Roboter-Modus ist, äh, wieder rein. So. Dreht den Kopf wieder komplett herum. So. Und jetzt haben wir theoretisch für Rail Racer die Beine verwandelt. Ich muss gerade mal gucken, irgendwas stimmt hier nicht. Steht nicht so ganz. Ah ja. Genau. So. Und das sind jetzt quasi die Beine für den Combiner, mitsamt seitlichen Ländenschulz. Ja. Deswegen, ihr seht, äh, sind die Beine natürlich dementsprechend auch, äh, äh, blöd mit den Gelenken, ganz ehrlich. Die Figur steht nicht sonderlich gut. Aber gut, ähm, ich zeige ihn euch natürlich später im Combiner-Modus. Das sind die Füße von Rail Racer, wie gesagt. Und, ja, damit verbleibe ich jetzt auch erstmal, um euch natürlich dann später das komplette, komplette Modell mit allem möglichen zusammen zu zeigen. Ja, gut. Dieser Figur würde ich jetzt alles in allem, äh, ja, ähm, die Waffe natürlich noch im Zug-Modus vollen 10 von 10 Punkte geben, im Roboter-Modus 8 von 10 Punkten, weil die Füße doch sehr klobig sind und doch irgendwie ein bisschen stürmen bei der Figur. Und immer wieder die Arme und Beine so ein bisschen abfallen. Ja, die Farben sind sehr schön, die Details sind auch echt gut gemacht. Ähm, ansonsten, der Combiner-Modus ist, ja, auch sehr schick gemacht, hat aber so seine Handicaps mit den Gelenken. Deswegen gebe ich dieser Figur alles in allem auch nur 9 von 10 Punkten. Und, ja, wir sehen uns das nächste Mal natürlich bei dem nächsten Review von, in diesem Fall, dann, ähm, Rapid Run. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr gebt mir ein Abonnement und verfolgt meine Videos auch weiterhin. Bis zum nächsten Mal, euer Rax4. Ja, bis zum nächsten Mal.